Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode 110 Real Talk. Wir haben wieder richtig Bock, heute hier in unserer geilen Location zusammen zu sitzen, ein bisschen zu schnacken, coole Themen zu bearbeiten. Einfach mal wieder Real Talk über Fußball. Ich glaube, ihr da draußen habt auch schon auf die nächste Folge gewartet. Und ich bin natürlich nicht allein. Heute habe ich wieder meinen Co-Host mit am Start. Der Mann der tausend Frisuren und er lässt mich auch nicht hängen. Leute, er hat heute was aus dem Hut gezaubert. Schaut selber, bewertet selber. Ich sage gleich was dazu. Herzlich Willkommen Sven Müller. Herzlich Willkommen auch an die Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wild. Das ist mal eine Überraschung. Ganz neue Seiten hier. Der Pflegeleichte. Ist das die Michel Ballack Gedächtnisfrisur? Richtig. Als er zu Chelsea gewechselt ist und gesagt hat, jetzt brauche ich nicht mehr den Geleckten, Gegelten. Ich brauche den kämpfenden, aggressiven, wild ausstellenden. Genau. Oh, alle da draußen. Erobacht. Der Knurrer ist da. Nicht der Knurrer aus Kerkrade, das ist Huub Stevens. Der Knurrer aus Kölle. Das ist der Sven Müller. Genau. Wild Sven. Also ich würde glatt sagen, du kannst alles tragen. Dankeschön. Das ist ein großes Kompliment. War mal Zeit für was ganz, ganz anderes, was ganz Neues. Sehr pflegeleicht, muss ich sagen. Stehst auf, gehst aus dem Haus. Fertig. Also waschen, Zähne putzen, gehst aus dem Haus. Ja, was ich wollte gerade sagen. Brauchst nicht mehr style in die Haare. Das wäre Skandal gewesen, wenn du jetzt ohne die restlichen Pflegeaktionen, ohne Pipapo, weil du hast ja auch nicht anziehen gesagt. Du hast einfach gesagt, wach werden, raus aus dem Haus. Ich habe immer die Sachen abends schon angesprochen. Du schläfst schon damit, damit du nicht fühlst. Genau. Das ist die Minute, in der du länger pennen kannst. Du länger schlafen kannst. Ja, kenne ich. Habe ich versucht auch damals in der Schulzeit. Ich sage, okay, ich schlafe am besten schon in den Klamotten, aber irgendwann war es dann unbequem in den Jeans. Und mit Schuhen schon. Ja, mit den Schuhen. Ja, damals mit den guten alten Dockers. Geil. Nike-Shawks. Habe ich nie gehabt. Schön, die fetten Nike-Shawks. Wenn du damit schläfst, meine Mutter hätte mir den Kopf abgerissen. Sven. Mhm. Apropos tausende Frisuren. Gerade in dem heutigen Zeitalter Social Media, wo alles einen höheren Stellenwert bekommen hat, vor allem solche Dinge. Wie stelle ich mich da nach außen? Ja, das ist ja auch eine gewisse Art von Inszenierung. Social Media, muss man sagen. Ja. Wird da gerne heute mal mit dir darüber sprechen, über die Entwicklung vor allem von Social Media, den Stellenwert, den es heutzutage hat. Welchen Einfluss es vor allem auch auf die ganzen Jugendlichen da draußen hat, wie die Fußballvereine das für sich nutzen. Ja, ich glaube, es ist heute mal ein cooles Thema. Social Media haben wir noch gar nicht durchleuchtet. Wir hatten schon mal das Thema mit dem Zweijährigen, der schon auf Social Media inszeniert worden ist, was wir auch alle als absolutes No-Go erkannt haben. Absurd. Das würde ich gerne einfach mal heute mit dir durchgehen. Deine Meinung dazu hören, wie du das siehst. Die Entwicklung vor allem. Prost, Kontrast. Was Sonnenseiten, Schattenseiten mitliefert. Wie siehst du das? Ja, es ist erstmal, finde ich, ein sehr, sehr breit gefächertes Thema. Wie du schon gesagt hast, sowohl positiv als auch negativ. Negativen Seiten sind ja offen, offenbar, augenscheinlich, haben wir schon öfters auch drüber gesprochen. Würdest du jetzt, sorry, dass ich unterbreche, würdest du sagen, es hat mehr negative als positive Aspekte? Ähm, warte. Boah, das ist schwierig, weil… Ich dachte gerade, ich müsste einen Euro reinschweißen. Nein, 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 das ist schwierig, so pauschal zu sagen, glaube ich. Ich glaube, die negativen Seiten, die können halt, ja, fiese Ausmaße nehmen, wo ich eben ansetzen wollte, ist, dass halt jeder in seiner Anonymität bleiben kann und da sämtliche Sachen äußern kann. Das ist so eine Negativität. Eine andere Negativität ist, dass du gläsern wirst, du wirst quasi, jeder weiß, wo du gerade bist, was du gerade machst. So, wenn du, wenn du das so zelebrierst, klar, gehst du, gehst du da, ähm, geht das mit einher, dass die Leute das wissen, aber die Scham der Leute, die wird ja halt auch immer geringer. Ja, die sehen, oh, ey, der ist gerade da in dem Restaurant, das ist hier um die Ecke, hey, lass mal schnell hinfahren und häng dann da beim Essen, ne? Du hast eine Story erzählt mit Paul, die war das, glaube ich, der nur zu Ende essen wollte, um dann den Autogramm zu geben. Ja, nee, nee, ich habe aber jetzt keine Zeit. Foto machen. Oder Foto, genau. Also, das sind, das sind so… Aber es war jetzt nicht so, dass er das gepostet hat, ich bin hier und da, ne? Also, das war eine Zeit… Das war zufällig, ne? Das war eine Zeit, als das Ganze noch gar nicht gab. Ja. Da war noch Facebook so irgendwo. So, und das wird ja immer schlimmer. Aber teilweise lauern die den Leuten ja dann da auf, die wissen, okay, dann und dann werden die da sein, die haben gesagt, da in der Halle werden die sein, dann muss ich da und da um die Uhrzeit sein, damit ich den da abfangen kann, um ein Bild zu machen. Also, Privatsphäre so an sich wird schon weniger, aber am Ende des Tages wissen die auch, worauf sie sich einlassen, ne? Du hast ja genug Privatsphäre, musst doch nur den Leuten nicht erzählen in deinem Social Media, wo du hingehst. Ja, ja, da sag ich ja, die gehen dem ganzen Jahr ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal Öl selber ins Feuer, wenn sie immer alles posten. Und man könnte es ja auch einfach zeitversetzt machen. Man müsste es ja nicht zu der Zeit machen, wo man gerade da ist. Anderthalb Stunden später. Ja, die, die clever sind, machen das auch. Machen das auch so, genau. Die, die nötigen Grips mitbringen, die wissen, dass die, sobald die den Laden verlassen, dass die dann posten, hey, ich war hier und da oder keine Ahnung, lassen vielleicht im Restaurant mit dem Besitzer ein Foto da, der sich freut, dass sie zu Gast gewesen sind, aber... Was halt auch ist eine negative Sache, das Internet vergisst halt nicht, ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dem Tottenham-Spieler, der sich da einen schönen Ballon in irgendeiner Disco gegönnt hat mit Lachy, wie sie es im Frankfurter Jargon sagen, Ballon Lachy. Wahnsinn. Ja, und ist dann suspendiert worden, wegen sowas, ne? Der hat das relativ zügig wieder gelöscht gehabt, aber das Internet vergisst nicht, ne? Wir sind auch nur Menschen, machen auch Fehler, aber gerade du als Profi solltest dann schon auch als Vorbild fungieren, gerade für die Jugend da draußen, ne? Die gucken zu Spielern, gucken die auf und wollen das nachmachen, was die Jungs dann da auch privat machen. Ich sag mal so, ein wichtiger Aspekt in der ganzen Geschichte ist ganz klar, dass Social Media heutzutage viele Türen öffnen kann, keine Frage, dass es auch positive Aspekte mit sich bringt, auch keine Frage. Was die Vereine natürlich machen heutzutage, das sind Social Media Schulungen in den Vereinen, da fangen die schon bei den Jugendspielern halt mit an, arbeiten mit denen in dem Bereich, dass die keine Dummheiten begehen. Dummheiten begehen heißt, von Vereinsseite zeigt keine Internas, rede nicht schlecht über Mitspieler, rede nicht schlecht über Trainer. Alles schön und gut, sehr oberflächlich, was man tut und damit wollen die einfach nur die Spieler, dass die nicht irgendwelche Dinge über den Verein preisgeben, was dem Verein schaden könnte. Aber im Endeffekt glaube ich oder bin der festen Überzeugung, wenn du in die Persönlichkeitsentwicklung viel mehr reingehst und den Leuten das aufzeigst, was Vor- und Nachteile sind, dass die es einfach nur checken für sich selber und wissen, ey, hör mal, es wäre besser, da und da den Ball flach zu halten, weniger in dem Bereich zu posten, zu zeigen, weil diese Erwartungshaltung wird ja immer größer. Die steigert sich auch dadurch. Und ich persönlich würde sagen, es hat heutzutage mehr Nachteile als Vorteile, weil es wird zu 80 Prozent zum falschen Zweck genutzt. Es ist eine Inszenierung, es ist eine Scheinwelt. Die meisten, die dort posten, die posten, was für ein wundervolles Leben die haben, wie gut es denen geht, wie reich die sind oder wie wohlhabend die sind, haben aber keine 20 Euro in der Tasche. Das ist nicht deren Eigentum, mit dem die sich fotografieren lassen, ist nicht deren Auto, Klamotten, was auch immer. So einfach Welle ohne Wasser, so wie Omar es immer gerne sagt. Es ist einfach Welle ohne Wasser, es ist nichts dahinter. Es hat keine Substanz. Wenn du demjenigen sagst, ey, kannst du mir 50 Euro leihen, dann schwitzt der, weil der ist... Der muss ja erstmal eine Ausrede finden, warum er es nicht kann. Nee, das ist so, der hält schon seit anderthalb Jahren. Den hast du nie anbrechen müssen. Der zerfällt schon in sich, der Fuffi. Ja, der ist schon verbleicht. Der ist schon durchsichtig quasi. Ja, so. Also völliger Murks. Also für mich persönlich, weil was haben wir für Vorteile? Klar, es werden darüber viele Spielerpräsentationen etc. vorgenommen von Vereinen. Ähm, ne, wenn man einen Transfer getätigt hat. Okay. Ist ein Medium, was man definitiv nutzen kann. Wo so kleine Einblicke hinter die Kulissen. Man kann positive Einblicke, wie du sagst, hinter den Kulissen gewähren. Auch gut. Ähm, man kann vielleicht auch in gewisser Weise zeigen, wie sieht so ein Tag von einem Spieler aus. Etc. Auch gut. Aber diejenigen, die das nutzen, ja, die sich morgens schon beim Einlegen fotografieren, ja, dann was ich esse, was ich trinke, ja, welche Farbe mein Stuhlgang hat, ja, keine Ahnung, so fortführen bis keine Ahnung wohin. Klar hat das in der Hinsicht halt Übermaß angenommen, ne. Ja, so, wenn du denkst, manche Oberligaspieler, ähm, die inszenieren sich, als würden die Bundesliga spielen. Du wirst denken so, boah, was geht bei dem ab? Ja. Ja, so. Am Ende, weißt du, ist nichts außer heiße Luft. Und das ist das Problem, was ich daran habe. Wirklich. Ja, was ich jetzt noch als, ähm, ja, großen Vorteil für Vereine sehe, auch so Erschließung neuer Märkte, ne. Wenn man so sieht, wie einfach es jetzt für Vereine ist, auch mit KI-Modulen in sämtlichen Sprachen Videos zu übersetzen. So können die es natürlich, ähm, in meinen Augen auch schaffen, ich sag jetzt mal, Märkte, in Märkte vorzudringen, in denen die vorher vielleicht gar nicht so aktiv waren, ne. Das fing ja damals auch mit, äh, mit den Bayern an, dann die Asientouren, dann waren sie in Amerika, haben sie da die Turniere gespielt. Das hat ja auch alles Hintergründe. Und mit Social Media wird das Ganze jetzt noch, ich sag mal, einfacher für die, auch neue Mitglieder zu generieren, durch solche Geschichten, einfach nur durch Social Media, weil es dann einfach auch, ähm, verfügbar ist in deren Sprachen, ne. Ich sag jetzt mal, in Südamerika ist es dann, äh, auf Spanisch oder, äh, in Amerika auf Englisch oder in den asiatischen Ländern dann Japanisch, Chinesisch, Südkoreanisch, keine Ahnung. Posten ja auch teilweise, wenn Kim Min Jae oder so Geburtstag hat, dann posten die das auf, äh, Südkoreanisch, all so Geschichten und sowas kommt halt extrem gut an, ähm, auf den anderen Märkten, ne. Wie du auch schon gesagt hast, die, ähm, werden ja auch immer origineller, was, was, was hier so Spielervorstellungen angeht, ne. Ja. So, dann werden da so Comics, werden gezeichnet, dann auf einmal steht der Spieler dann da mit dem, mit dem Trikot in echt und all so Geschichten. Also, ist auch schon cool, die Entwicklung da zu sehen, ne. Früher hast du einen Bericht im Kicker gelesen, heute kannst du dir ein Video dazu angucken, wie der, wie der da ankommt, ne. Videotext. Videotext, genau. Ja, ja, der und der wechselt dahin, ne. Ja. Der Baumann ist gewechselt. Aber das sind, das sind halt so die positiven Dinge. Für Spieler auch ganz klar, ne, jeder Spieler, oder, jeder Spieler ist mehr oder weniger jetzt auch seine eigene Marke. Oder, sagen wir mal so, die Top-Spieler sind ihre eigene Marke, ne, die können es auch in dem Sinne dann sich selber dort vermarkten, ne, oder ihre Produkte vermarkten, ne, CR7 mit seinen, ganz am Anfang mit Herbalife, dann mit seinen CR7 Boxershorts, David Beckham mit H&M, H&M Boxershorts, ne, so fing das Ganze an. Früher auf Riesenplakaten hing da dann da mit seinen David Beckham Boxershorts. Hast keine CR7 Boxershort an, ne? Ich hab eine Cristiano Ronaldo Boxershort an. Ganz stark. Ich will's jetzt nicht zeigen, aber ich hab eine Cristiano Ronaldo Boxershort an, tatsächlich. Das ist wiederum. Hat gezogen, das Marketing hat gezogen. Das Marketing hat gezogen. Das ist Bescheid. Schick mal was vorbei. Ja, schick mal einen Karton. Ja, oder Lewandowski, feier ich jetzt nicht, aber auch der Riesen-Wodka-Firma hat der in Polen, ne. Die können das natürlich zum Vermarkten. Da muss ich auch sagen, also, ähm, ich hab in seinem Social Media noch nie etwas davon gesehen. Nein, das stimmt. Die könnten, die könnten, ne, also könnten ihre Marke oder ihre Anteile an Firmen könnten sie da halt noch größer machen mit der Reichweite. Es gibt ja ein Beispiel, wo ich sage, ähm, was in der Hinsicht halt, ähm, auch einem irgendwann mal langsam auf den Keks geht, ne? Das ist Conor McGregor, ja, mit seinem Whisky und mit seiner... Bier, der macht ja jetzt Bier noch. Ja, mit seiner Kneipe da, ähm, seinem Irish Pub, ja, ähm, das nervt einfach nur noch, ne, weil der halt permanent so einen Quark postet, ne, so Party hier, Party da, kann ich mir persönlich nicht mehr reinziehen. Du bist aus dem Fürstentum rausgeflogen. Ja, also es ist zu viel des Guten, ne, also ich folge ihm zwar noch, aber die Frage ist, wieso, weil, ähm, der einfach auch nicht mehr, nicht mehr für das steht, wofür er früher mal stand, ähm, es ist, es ist ein gutes Tool. Ich sag ja auch, wenn du halt ein Weltstar bist, dann ist das auch ein Marketing-Tool, aber für diejenigen, die den versuchen irgendwie nachzueifern, irgendwelche Z-Promis oder irgendwelche, ähm, Oberliga-Fußballer, die mir hier auf Cristiano Ronaldo machen und, ähm, dann so ein Leben und ein Lifestyle inszenieren, der gar nicht deren wirklichen Leben, also entspricht, dann finde ich das persönlich halt Quatsch, ja, das geht für mich dann zu weit. So, realistisch, wirklich, so wie du bist, so wie das, das Leben auch, auch am Ende läuft oder das, was du auch widerspiegeln möchtest, ja, so, für mich persönlich das aller, allerbeste Beispiel, haben wir auch öfters schon drüber gesprochen, wie man Social Media effektiv nutzt, ja, ist jetzt kein Fußballer, war früher einer, er macht es aber brutal gut und inspiriert so viele Menschen, ja, das ist Adasachi, der betreibt brutal gutes Marketing, wirklich ein mega gutes Beispiel und gucke ich mir gerne an, egal, ob der zum 200.000. Mal sagt, egal, wie oft du hinfällst, egal, wie viele Fehler du machst, egal, wie schlecht es läuft und wie viele Leute gegen dich sind, aufstehen, Gas geben. Der ist einer der wenigen YouTuber, wo ich nicht einmal skippe, irgendwie vorspule oder so, seine Videos gucke ich von Anfang bis Ende, jedes Mal durch. Ja, weil er... Der ist wirklich eine Motivation und eine Inspiration in Person. Er lebt das aber vor, er lebt das wirklich vor, so, und wenn Leute das wirklich so vorleben und auch das Bild widerspiegeln, was sie tatsächlich auch sind, den Menschen zeigen, der sie auch sind, weil dem kaufe ich das ab. Ja, 100%. So, und 99% der anderen in diesem ganzen Bereich, kauft man das halt nicht ab. So, und es ist natürlich positiv und es ist natürlich immer eine Frage, da geht es ganz klar immer um Geld und es ist auch in Ordnung, so, wenn du als Cristiano Ronaldo, egal, was du vermarktest, wenn das gute Sachen sind, gute Produkte, dann ist es okay, aber wenn du irgendein Scharlatan bist, der irgendeine Scheiße verzapfen möchte, so wie, weiß ich nicht, so viele Leute in dieser Fitnessbranche sich von Fitnessinfluencern erzählen lassen, dass sie, um den Körper zu bekommen, eigentlich zu Hause nur ein 20-Minuten-Workout machen, dass die, keine Ahnung, diese Haferflocken, dieses Eiweiß und diesen, keine Ahnung was, Creatinpulver benutzen, aber im Endeffekt ist das einfach nur purer Stoff, den sie sich da über die Kanüle reinjagen, so, dann ist das… Oder chirurgische Eingriffe dann bei weiblichen Influencern, ne? Dann ist das Verarschung. 100 Prozent. Dann ist das Verarschung und das geht halt zu weit. Ja. Und man muss halt auch sagen, es bietet viele Chancen, aber es bietet auch viele Risiken. Ja, 100 Prozent. Wie viele Karrieren hat das schon kaputt gemacht? Ja, gerade auch, wo du das jetzt ansprichst mit dem Verkörpern, was du auch vorgibst zu sein, dann auf Instagram, ne? Finde ich, ist es immer wichtig, auch fundierte Beweise zu bringen. Du kannst nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht, warum ist das gut, warum ist das schlecht? Also ich finde immer, dass in solchen Videos, die dann jetzt häufig auch auf Instagram, TikTok, keine Ahnung, kursieren, dass halt auch basierte Wissenschaft dahinter steckt, also Studien, ne? Du kannst ja nicht sagen, ja die Haferflocken sind schlecht, weil die kosten einen Euro und die sind besser, weil die kosten zwei Euro. Dann steht da Kölner Haferflocken drauf, weil die besser sind, weil die zwei Euro kosten. Kannst du ja so pauschal auch nicht sagen. Es ist halt auch, wie du sagst, viele Chancen, aber man muss wirklich aufpassen, sind auch viele Scharlatanen unterwegs, auch in der Branche Fußball, sind teilweise Spielerberater unterwegs, die rufen dann über Instagram auf oder über TikTok dann auf, wir suchen für die und die Mannschaft, suchen wir einen Spieler, also das ist jetzt nicht so die Seriosität, der, die ich mir von einem Spielerberater erwarte, so von dem erwarte ich eigentlich. Meinst du aber nicht mich, ne? Nein, nein, dich meine ich nicht, definitiv nicht, weil ich auch weiß, wie du arbeitest, sehr, sehr vorbildliche Arbeit, die du da immer machst, sehr akribisch auch, aber es gibt natürlich dann auch Leute, beziehungsweise Eltern, die vielleicht nicht so aus dem Fußballbereich kommen, ja die dann, ich sag jetzt mal, blöd gesagt, die auf solche Leute reinfallen, ne? Die denen dann Glauben schenken und hey, der bringt uns dahin, der macht dies, der macht das, so und am Ende des Tages kommt nichts dabei rum, weil derjenige einfach nicht dieses Netzwerk vielleicht hat, was ein Spielerberater vielleicht haben sollte, um auch jemanden unter zu bringen. Also ich sag dir so, jeder mag seinen eigenen Stil finden, um durchs Leben zu gehen, um seinen Job zu machen, ja, Leute, die mich für meine Arbeit kritisieren, ja, das ist mir egal, das juckt mich nicht, also berührt mich auch null, genauso berührt es mich auch nicht, wie andere arbeiten, weil am Ende des Tages, jeder Topf findet seinen Deckel und wenn da draußen Leute sind, egal, in welcher Branche die arbeiten, also ich hab mich nie mit anderen Beratern beschäftigt, ich werd das aber auch nie tun, weil mir das egal ist, ich guck nicht auf andere Berater, was hab ich denn davon, so und ich verurteile die auch nicht, weil ich kenne deren Hintergründe nicht, ich kenne deren Lebenssituation nicht, deswegen ist mir das auch egal, wie die arbeiten, ob die so, so oder so arbeiten, die sollen machen, was sie wollen, aber am Ende findet jeder Topf seinen Deckel, das ist das, was man wissen muss in dieser Branche und wenn irgendeiner da draußen ist und es gibt viele, die sehr gute Arbeit leisten, die das Beste für den Spieler wollen und es gibt viele da draußen, die einfach nur, ja, ja sag ich mal, die Kuh schlachten wollen, nicht melken, so und denen die Karriere der Jungs und die Entwicklung und der Mensch dahinter scheißegal ist und das ist etwas, was halt beängstigend ist und die Eltern können natürlich keine Ahnung vom Fußball haben, ist ja in Ordnung, müssen die auch nicht, wie sollen die es denn haben? Der einfache Lagerarbeiter, der vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen ist, der immer noch nicht perfekt Deutsch spricht, der, ja, von seiner Arbeit viel versteht, aber vom Fußball eigentlich nur das, was er selber vielleicht mal mit Kicken mitbekommen hat, aber dieses ganze Fachwissen und Vertragswerk, rechtliche Themen, Akquisethemen, vielleicht auch eine Einschätzung seines Kindes, welches Niveau es hat, das kann der ja nicht wissen. Viele, muss man ja auch sagen, ist ja auch völlig legitim, die sehen das aus der Elternbrille und deren Kinder sind immer für die die Besten, ist ja logisch. Wenn du jemanden fragst, dessen Kind gerade in der U19 Bundesliga Ersatzspieler ist, sagt jeder, mein Sohn muss Profi werden, weil er so gut ist, weil die Eltern sehen ja auch, was das Kind dafür investiert hat, wie das Kind gestruggelt hat, was, sag ich mal, für Blut, Schweiß und Tränen dahinter stecken und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber es geht am Ende immer um den Mensch und das muss den Eltern wichtig sein, sodass den, die nicht irgendwie, sag ich mal, der Spieler wie ein Stück Fleisch behandelt wird, so und das hat mit der Nationalität nichts zu tun, das hat mit Ahnung vom Fußball oder so nichts zu tun, ob man ein bisschen Menschenkenntnis hat und Lebenserfahrung zu sagen, also eigentlich faktenbasierend erzählt der nur Quatsch. Ja, ein bisschen logischer Menschenverstand auch. Ja, kann ja sein, dass da etwas hinter steckt, dass da auch was bei rumkommt, egal, du hast ja gerade eben ein paar Beispiele genannt, kann ja sein, dass viele da draußen die Märschen erzählen, von denen irgendwo mal auch eins wahr ist, kann sein, aber in den meisten Fällen halt nicht. Wir haben ja auch schon Spieler gehabt, die wurden weggeblufft und haben sich von etwas leiten lassen, von einer Aussage, die am Ende niemand einhalten konnte und am Ende sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben gesagt habe, jeder Top findet seinen Deckel, egal wie viele Jahre die dir erzählt haben, ey, du bist die Nummer eins. Ja. So, sobald es anfängt, dass ein leichter Gegenwind kommt, dann ist das gefragt, weil Loyalität, ja, wann ist die denn, wann ist die denn notwendig? Wann wird die denn gebraucht? Wenn es schwer wird. Ja, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann bist du doch eh der Beste. Ja. Aber dann, wenn man sagt, ey, ja, der Weg ist lang und steinig und es gibt hoch und tief und in dem Tief ist genauso wichtig, dass du zu mir stehst wie im Hoch. Ja. Ja, so und das ist der Punkt und wenn dann am Ende das halt nicht der Fall ist, okay, auch kein Problem. so und keine Frage, Social Media ist ein Lifestyle geworden. Ja. Ja, ist einfach so. Was ja auch lustig ist, damals als Gattuso, ich weiß jetzt nicht mehr die Trainerstation genau, wo er war, der sagt auch, sagt er, früher, du hast ein Spiel verloren, bist einfach in die Kabine gekommen, du wolltest mit keinem reden, du wolltest deine Ruhe haben. Der eine hat noch die Flaschen weggetreten, der andere hat in die Magnettafel reingeboxt, weil er wütend war, dass sie das Spiel verloren haben, man hat gefeitet, man hat alles gegeben, sagt er, jetzt komme ich heute als Trainer in diese Kabine rein, ich denke, da ist Mucksmäuschen still, die Musikbox ist an, die Jungs sind schon wieder Fotos am Machen für Instagram. Du kommst da rein und denkst, ey, wir haben jetzt gerade hier 3-0, 3-1 verloren, was geht denn euren Köpfen ab? Wie könnt ihr denn jetzt so kurz nach den Spielschulen hier drin sein und wieder gute Laune haben? Für den war das so komplett paradox, dass diejenigen jetzt da schon quasi wieder gute Laune hatten, der hat gedacht, der kommt jetzt in die Kabine rein und alle sind am Boden zerstört. Jetzt mögen wieder viele draußen sagen, Zeiten ändern sich, ich bin auch nur so ein Stück weit von diesem alten Schlag. Wenn du verloren hast, dann war für mich auf jeden Fall der Rest des Sonntages und mindestens noch der Montag mehr oder weniger gelaufen, wie ich noch aktiv war. Als Trainer war das auch leider so, wenn ich verloren habe, hat mich das immer noch beschäftigt, aber weil ich dann halt auch immer direkt auf Fehlersuche war, keine Ahnung, bis ich dann rausgefiltert hatte, was dann am Ende dazu geführt hat, dass wir verloren haben. Also ich dachte, bis du rausgeschmissen worden bist. Das ist glücklicherweise nie so, wie nie passiert. Also ja, stimmt, du bist ja selber gegangen. Glücklicherweise. Du bist ja selber gegangen, ja. Aber das ist halt auch so eine Geschichte, Social Media ist auch in den Kabinen dann schon sehr präsent. Klar, wenn Titel gewonnen werden, kennt das jeder, dieses obligatorische Bild mit Staff, mit Trainern, alle Spieler. Nicht alle. Nicht alle. Ja, aber das ein oder andere, bei einigen ist das schon so. Ja klar, aber ich sage ja, gerade die, die dann halt… Ja, die, die keine Titel gewinnen, da gibt es auch keine Bilder. Nee, ich meine, auch die Titel gewinnen, da gibt es ja auch dieses legendäre Bild von Toni Kroos, als Angela Merkel dann in der Kabine ist, nach dem WM-Titel 2014. Ja. Ja, dann wird das Foto gemacht und dann siehst du so im Blickwinkel rechts Toni Kroos, der auf dem, auf seinem Platz sitzt und irgendwie, weiß ich nicht, seine Schuhe gerade aufmacht oder keine Ahnung was. Ja. Respekt, so dass er selber, auch nicht, weil er in dem Moment einfach da saß, weil er sich ausgezogen hat oder so, er wollte einfach nicht auf diesem Bild drauf sein. So, er hat das einfach nicht für notwendig empfunden und er ist ja auch Weltmeister geworden, hat ja auch zum Titel sehr viel beigetragen und hat in diesem Moment einfach in Stille genossen und musste dann nicht auf diesem Foto mit dabei sein. Respekt, Hut ab, finde ich cool. Dass der jetzt gerade, jetzt kommen auch wieder diese ganzen hier Leute von der Seite, ja, erzähl mir jetzt nicht Toni Kroos, nutzt kein Social Media, doch nutzt der. Der hat 48,5 Millionen Follower, Tendenz steigend. Tendenz sehr steigend. Also ich glaube, nach dem letzten Stand, wo ich es mitbekommen habe und so, der nutzt das natürlich auch zu seinem positiven Zweck, aber ist halt immer die Frage, wie gläsern willst du sein, wie transparent soll das Ganze werden und in dem Moment hat er es nicht für notwendig empfunden zu sagen, ich muss auf diesem Bild mit da drauf sein und das finde ich halt, man muss das Maß finden. Alles okay. Heutzutage, ja, nehmen Leute ihr Handy mit oder ihre Follower schafft. Und filmen Freistöße im Stadion. Filmen Geburten. Ja, okay, das ist, das finde ich, das ist ein Moment, der sollte wirklich nur der Mutter und dem Vater gehören und dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen, der dann dazu wegkommt oder beides, je nachdem, weil das wirklich, also ich glaube, intimer geht es nicht als das. Also es ist halt heutzutage so, dass alles irgendwo getoppt wird auch. Es wird auf allen, wird nochmal eins draufgesetzt, immer eine Schippe drauflegen. Ob das jetzt gesund ist, ungesund, ich persönlich finde das übertrieben. Man sollte das schon positiv nutzen, weil es wird jetzt natürlich immer, müssen wir auch das Ganze mit Vorsicht genießen, was wir jetzt hier auch erzählen, weil am Ende sagen die Leute auch, ey, was wollt ihr denn? Ihr seid doch auch in Social Media, ihr seid doch auch in YouTube unterwegs und da unterwegs. Ja, ja, aber was zeigen wir? Ja, wir machen einen Fußball-Podcast, in dem wir versuchen, auch solche Dinge aufzuklären, Themen ein bisschen zu durchleuchten. Auch den Jungs da draußen extrem gut weiterhelfen zu können, vielleicht wieder verloren geglaubte Werte wieder zu vermitteln, worauf es ankommt, welche Dinge man umsetzen muss, um heutzutage vielleicht doch wieder den Weg ermöglicht zu bekommen, zu schaffen, Profi zu werden. Das ist das, was ich sehe, was wir machen und was ich in meinen Social Media genauso mache. Also ich versuche hier nicht irgendeine Seifenblase aufrecht zu erhalten, die nicht meinem Leben entspricht. Ich zeige meine Kinder nicht, ich zeige nicht, was ich esse, ich zeige gewisse private Einblicke nicht, die halt niemanden interessieren. Da entscheidet ja auch jeder für sich selber. Ich verurteile auch niemanden dafür, aber du kannst dich da nicht hinstellen und die Konsequenzen dann einfach nicht abhaben wollen. Das ist das größte Problem. Und es hat halt viele Probleme mit sich gebracht. Erinnerst du dich noch an Thomas Müller, seine Aktion, wo er noch nicht mal was dafür konnte? Thomas Müller? Als Niko Kovac Trainer war, hat seine Frau was gepostet, hat geschrieben, oh, Herr Kovac hat einen Geistesblitz. Ach so, ja, so. Da war was. Hat sich dann nachträglich entschuldigt, hat das zurückgenommen und... Am Ende des Tages, wem hat sie geschadet? Ja, ihr Mann. Aber der hat halt Glück gehabt, dass Niko Kovac keine lange Zukunft beim FC Bayern hatte. Weil dann hätte die Welt auch anders ausgesehen. Jetzt stell dir mal vor, der Typ wird brutal erfolgreich mit Bayern, wird siebenmal hintereinander Meister, macht und tut und holt vielleicht sogar noch zweimal die Champions League. Oh ja. Dann weißt du doch eh, so nach der Aktion, egal wie oft du dich entschuldigst, Tischtour ist zerschnitten. Ja. Es gibt dann auch kein Zurück mehr. Dann wäre es so gekommen, Bayern hätte den Verein verlassen müssen. Er hat gesagt, nee, das ist nicht mehr tragbar, weil keiner ist ja auch größer als der Verein. Und dann der Trainer ist ja auch eh das höchste Glied dann in der Kette aktuell. So, man hätte sich auch dann entscheiden müssen. Jemand, der sportlich erfolgreich ist, dann trennt man sich halt vom Spieler. Und der ist eine Bayern-München-Legende, durch und durch. Völlig unüberlegt und überflüssig. Ja, aus Emotionen heraus. Und da gab es halt viele Sachen, wo Leute irgendwas gepostet haben, gemacht, getan. Er weiß gar nicht, wie es gelaufen wäre, wenn solche Dinge früher auch der Fall gewesen wären. Da gab es ja auch viele Beispiele, wo Spieler einfach Scheiße gebaut haben und trotzdem gar nicht so wild passiert ist. Ich will da gerne darauf oder daran erinnern, dass Jens Lehmann einfach mal in der Halbzeit das Stadion verlassen hat und mit der Bahn nach Hause gefahren ist. Oder Milovoje Novakovic mit dem Auto im Bahngraben gefunden wurde. Er hat die falsche Ausfahrt genommen. Stand er auf einmal auf den Bahngleisen. Ja, vielleicht hat er gedacht, er wäre eine Dampflok und er kann auch mal die Gleise nutzen, weil der Stau halt zu groß war. Er wollte ja pünktlich zum Training kommen. Ja, da gab es ja viele Sachen. Ja, ich fände es auch, wie du gesagt hast, wenn man Social Media einfach, wenn man eine gewisse Reichweite hat, für positivere Dinge nutzen würde. So wie Markus Rashford das zum Beispiel gemacht hat mit der Kinderarmut in Großbritannien. Da hat er seine Followerschaft dafür genutzt, um auf dieses Thema auch wirklich aufmerksam zu machen. Und dann da auch politisch und auch, ich glaube, der hat sogar Gesetzgebungen mit angestoßen, wo die Politik dann das Ganze überdacht hat. Oder ein Colin Kaepernick damals in der NFL, Vorreiter für Black Lives Matters gewesen, der während der Nationalhymne dann auf die Knie gegangen ist. Jeder, der NFL so ein bisschen verfolgt, weiß, dass er seit dieser Aktion in der Saison kein Spiel mehr gemacht hat und danach auch keinen Verein mehr gefunden hat. Der hält sich jede Saison warm, weil er immer wieder hofft. Also er hält sich fit, nicht warm, der hält sich richtig fit mit einem Quarterback-Coach, um eine mögliche Chance, die sich vielleicht irgendwann gibt, dann auch wieder wahrzunehmen. Und ich finde, dass man der Jugend heutzutage vielleicht wieder solche Werte vermitteln könnte. Oder auch Balotelli damals, wie der zu Weihnachten einen Lkw voll mit Geschenken gemacht hat von so einem Spielzeugladen und ist dann damit zu einem, ich glaube, Kinderheim gefahren und hat alle Kinder zu Weihnachten beschenkt, die dann da waren. So war es einfach, um auf wirklich relevante, soziale Themen aufmerksam zu machen. Wenn man dafür die Reichweite nutzt, fände ich das deutlich hilfreicher, als wenn ich dann sehe, oh ja, der hat heute einen Eismatcha-Latte getrunken mit, keine Ahnung, mit irgendeiner... Hängst du jetzt an zu rappen? Nein, nein. Beim letzten Mal hast du gesungen, vor einigen Folgen. Und der Acai-Bowl, heißt das Acai-Bowl? Ja, Acai-Bowl, also ich weiß nicht, ob das irgendwen juckt, was da jemand isst. Keine Ahnung, also relevante, notwendige Themen. Vielleicht, also klar, hängt davon ab, wer du bist und was du machst, wenn du jetzt so ein Fitness-Influencer bist und dein Körper dein Kapital ist oder auch als Fußballprofi, vielleicht möchten die Leute einfach mal gerne mitgenommen werden. Ja, was isst du so einen Tag über? Also vielleicht interessiert das ja auch die Leute. Was isst ein Cristiano Ronaldo zum Frühstück, zum Mittag- und zum Abendessen? Was isst er dazwischen, um so einen Körper zu haben? Also wäre jetzt übertrieben, wenn er jeden Tag, jede Mahlzeit, jeden Schluck Wasser, jede Paranuss und keine Ahnung was... Und dann immer noch mit der Grammanzahl und wie er das zubereitet hat noch. Oder zubereitet bekommen hat. Das wäre übertrieben. Weil man muss halt auch so sehen, wichtigster Faktor ist Authentizität. Ja, du kannst nicht als Heribert 150 Kilo auf 75, 1,75 Meter, dann da erzählen, was für ein Gym-Boy du bist und wie gut du auf deine Ernährung achtest. Das kauft dir halt keiner ab. Ja, ich sag ja, authentisch sein. Also das muss halt passen. Da muss ich halt sagen, gibt es halt auch viele... Ja, heutzutage darfst du auch nicht vergessen, den Stellenwert, den es halt hat, die Möglichkeiten damit wirklich richtig Kohle zu machen und ein Image zu kreieren. Und es geht halt auch nur auf authentische Art und Weise. Weil du kannst kein Image kreieren von einem Menschen, was einfach nicht existiert. Also das muss schon irgendwo passen, zu dem, der er ist. Und da sage ich persönlich, ist der Fußball natürlich brutal. Weil da stecken heutzutage so viele Agenturen dahinter, die das ganze Social-Media-Marketing betreiben, die so viele Sachen da machen für den Spieler, um sein Image halt bestmöglich zu pflegen, um es darzustellen, um die Marke immer größer werden zu lassen. Also da muss man ganz klar sagen, dass das halt einen extrem hohen Stellenwert hat und man heutzutage sehr viel Wert darauf legt. Und im Hintergrund wirklich diese ganzen ersten Sportjournalisten etc., die dahinter in dem Team stecken, die das Image hegen und pflegen. Und deshalb ist es auch sehr, sehr positiv beim einen oder anderen. Ich erinnere mich an ein Negativbeispiel. Das war vielleicht auch ein anderes Thema, war ein anderer Zweck, anderer Hintergrund. Raphael van der Vaart, als er sich dann im Valencia-Trikot abfotografieren lassen hat, um seinen Wechsel dann irgendwie nach Valencia in dem Fall zu erzwingen. Oder was auch einen riesen Shitstorm erzeugt hat, war Franck Ribéry mit seinem Goldsteak. Mit dem Goldsteak, ja, bei Nussrat. Ja, das hat richtig Probleme für ihn mit sich gebracht. Und da muss man halt sagen... Kannst du das übertrieben, die Reaktion einiger Leute? Ja, es war ja auch schlecht informiert, muss man ja auch dazu sagen. Wenn Leute schreiben, der, ja, Franck Ribéry, der sich ein 1.500-Euro-Steak gönnt, das ist falsch, weil es kostet keine 1.500 Euro, ich glaube, immer noch viel, 300 Euro, oder was es gekostet hat. Zum damaligen Zeitpunkt ist auch viel Geld, keine Frage, aber wenn er sich ein Goldsteak leisten möchte, soll er sich ein Goldsteak, aber wenn er sich auch einen goldenen Joghurt reinpfeift, oder von mir so einen blattgoldverzierten, weiß ich nicht, Smarties essen, auch in Ordnung, ist mir egal. Wenn er das kann, wenn er es für sich empfindet als notwendig, okay. Meinst du, das hat so ein Stück weit vielleicht auch wieder was mit dieser allgegenwärtigen Neidgesellschaft hier zu tun, die ja in Deutschland schon sehr weit verbreitet ist? Ja, auch. Sage ich auch. Es sind einfach Leute, die das vielleicht auch gerne wollen würden, die dann da schön mit in der Wunde rumdrücken, nur um ihren Sinn wieder dazu zu geben. Das hat halt auch in Deutschland einen ganz anderen Stellenwert. Also die Deutschen sind so grundsätzlich eh, dass sie einfach ein anderes Bild haben von gewissen Dingen. In England ist es so, erinnere ich mich noch gerne an die Worte von Prinz Boateng, als er gesagt hat, ich kam immer schön mit meinem Kleinwagen hier bei Hertha zum Training. Dann hat er sich, glaube ich, mal ein fettes Auto gegönnt. Dann gab es direkt Ärger. Ja, und als er dann gesagt hat, oh, ich muss wieder kleine Brötchen backen, okay, alles gut. Und als er nach Tottenham wechselt, sagen die zu ihm, ey, was ist, fährst du das Auto von einer Putzfrau? Ja, so übertrieben gesagt. Ja, das ist ganz anders. Okay, und geht hin und holt sich, keine Ahnung, drei fette Potzkarren. Das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil du kannst ja eh nur eine fahren, aber jedem das seine. Wenn du das notwendige Kleingeld hast, mach, was du möchtest. Wenn du Autos liebst, dann kauf dir doch die Autos, die du gerne hättest, alles gut. Aber hier wird es halt anders bewertet. Ja, und dann wird halt immer gesagt, ey, erst mal kleine Brötchen backen und es wird halt gerne halt immer so dieses, ja, Protzige dann dargestellt, obwohl es gar nicht so gemeint ist. Wenn du doch den Luxus hast und du erfüllst dir deinen Traum, kaufst dir das Auto, was du dir immer gewünscht hast und jetzt hast du die finanziellen Möglichkeiten. Warum nicht? Ja, Respekt. Ja, du hast dir erarbeitet, ne? Ja, wenn du aber jetzt Bezirksligaspieler bist, postest aber, als wärst du Champions League Real Madrid Spieler und Topstar, ja, und hast mit Acht und Krach, weiß ich nicht, von den 380 Euro, die du beim Verein kriegst, plus die 1200 Euro, die du bei Nachtschicht kriegst, für bei XY zu arbeiten, ja, haust alles auf den Kopf, kaufst dir davon das Auto, beziehungsweise finanzierst oder liest dir das Ding, ja, zahlst, keine Ahnung, 1800 Euro, ja, und machst aber damit die Welle, hast aber nichts zu essen im Kühlschrank, ja, und tankst jedes Mal für 5 Euro, weil du musst von A nach B kommen und weiter geht nicht, dann hab ich Probleme damit. Aber ist auch am Ende so jedem das Seine. Ja. Was ich am meisten hasse und eklig finde, ist halt, wenn du dich so inszenierst und so Wohltaten postest, um dich halt darzustellen, ne, um dich groß zu machen, ey, ich bin ja der Wohltäter, guck mal hier, was ich mache, ich hab Obdachlosen was zu essen gekauft oder was auch immer, ist doch schön, find ich mega. Ja, warum filmst du das? Ach, du brauchst das doch nicht darstellen, du brauchst ja nicht sagen, ey, warte, ich mach mal kurz ein Video davon, wie ich dir das gebe und dann freu dich noch mal kurz, ne, so die Armut dann auszunutzen, das ist halt etwas, ne, und das machen auch sehr, sehr viele. Ja, das ist Content von einigen sogar, ne? Ja, viele sind dadurch berühmt geworden. Oder du stellst irgendwelche Fragen, wenn du die richtig beantwortest, ja, verschenkst du Geld auf einmal. So, wieso verschenkst du Geld? Hattest du das noch nicht? Ne, ist mir leider noch nie Geld geschenkt worden. Ja, ich wurde schon so oft gefragt, dann habe ich die Frage richtig beantwortet, habe ich Geld bekommen. Das ist krass. Ja, ist doch cool. Weißt du, ich sag dir mal die Locations, dann kannst du da hingehen, dann kriegst du einfach Geld, da kommt jemand, der stellt dir Fragen. Ja, geil. Was haben wir heute für einen Tag? Montag. Ah, zack, 100 Euro, warum nicht? Geil. Nein, das ist alles Inszenierung und alles hat auch Grenzen und die werden halt Stück für Stück halt immer wieder verschoben, immer wieder nach oben, oder nach unten, je nachdem, wie man das halt interpretieren will. Ja, wenn das halt, ja, niveaulloser wird, dann würde ich ganz klar sagen, dann halt verschieben sich diese Grenzen nach unten. Weil man sieht ja auch, wenn du fragst heutzutage, was die Jugend von heute werden möchte und jemand erzählt mir, ich will Influencer werden. Ja. Ja, wenn du das mit einem Mehrwert machst. Geil. Ja, so Typ Adasachi, Respekt, geil, wollte Fußballprofi werden, hat es nicht geschafft, hat einen anderen Weg für sich in seinem Leben gefunden, um erfolgreich zu werden, das, was er machen möchte und das, was der gerade da produziert, verdient allerhöchsten Respekt und diejenigen da draußen, die wirklich Gutes tun, die gute Messages verbreiten, die Menschen helfen, ja, im Leben weiterzukommen, so wie es auch tatsächlich am Ende das Leben ist, es ist keine Seifenblase, wo jemand kommt, wach wird und da sind 100 Millionen und viel Spaß damit oder, ja, dass du kommst und, und, und auf einmal 5 Millionen Follower hast, das haben die Leute sich schon hart erarbeitet und die haben auch hart gestruggelt dafür. Ja, steckt ein langer, harter Weg hinter. Ja, beim Fußball, wer, wer würdest du sagen, ist so der, der Ultimative vom, vom beispielhaften Verhalten her? Vom beispielhaften Verhalten her? Ja, Cristiano Ronaldo. Ja. Der ist auch einer der Aktivsten, ne? Der ist ja, ich meine, also, als ich es zuletzt mal gelesen habe, ist es eher der Account mit den meisten Followern nach Instagram selber. Das ist schon krass. Wie siehst du das jetzt mit seinem YouTube-Channel? Ja, ich bin, ich bin gespannt, was kommt. Ich habe auch einen Bericht gelesen, dass jetzt auch Toni Kroos so ein bisschen wahrscheinlich YouTube-Content machen will. So, hier, Lass Luppen ist ja sein Podcast und jetzt kommt wahrscheinlich sowas wie Lass Luppen TV. Kann mir vorstellen, dass da auch so Challenge kommt, so kann ich es mir auch bei Ronaldo vorstellen. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie so ein, ja, so ein Lifestyle-Family-Ding wird. Ich hoffe wirklich, dass es Fußball-Content ist bei Ronaldo. Ja, hoffe ich auch. Also, wenn das in dem Fall geht, dass er jetzt da irgendwie versucht, auf Entertainer zu machen. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sage ich mal. Jeden Trend halt mitzugehen, das ist halt auch eine große Gefahr, die das Ganze mit sich bringt, ja, weil die Leute verlieren sich irgendwann dann in dem Ganzen. Ja, die glauben dann, auf jeden Zug aufspringen zu müssen, jeden Trend mitzugehen und irgendwann wird es halt auch dann peinlich oder lächerlich. Also, ja, so sehr ich Lewandowski als Fußballer immer bewundert habe, ja, wenn ich den dann sehe, wie der irgendwelche TikTok-Tänze macht, dann, läuft es mir kalt den Rücken runter, muss ich wirklich sagen. Also, da habe ich wirklich Probleme mit. Das gefällt mir auch gar nicht. Also, da sage ich auch, ja, manche haben komplett... Das abfähig einfach, da steht es nicht dahin, lustig, hin oder her, du bist Fußballer, bitte. Hat Mats Hummels sehr, sehr gut zusammengefasst einmal, als er gesagt hat, wenn ich Leute sehe, vor denen ich einen Heidenrespekt habe in der Fußballwelt, die dann plötzlich da irgendwelche Tänzchen machen und irgendwelche Choreografien und TikTok-Tänze hin und her, ja, dann, finde ich das schon sehr, sehr befremdlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau seine Wortwahl, aber der sagt so, das ist, das gefällt mir gar nicht. Ja, und da glaube ich, sollte jeder für sich selber ja, herauskristallisieren, worauf er Bock hat, was eine große Gefahr ist und jeder berücksichtigen sollte, ist halt, wie du am Anfang gesagt hast, das Internet weg ist gar nichts. Wenn du da einmal ein Juts Tänzchen ausgepackt hast, dann ist die Gefahr, das bleibt forever, die Gefahr groß, dass irgendeiner da, vor allem wenn du in der Öffentlichkeit stehst, das Ganze gefilmt und aufgezeichnet hast, ja, ist wie ein negativer Post, ja, dein Unmut über den Trainer, das hast du veröffentlicht, haben es schon tausend gesehen und jeder hat es, kann es da fest von ausgehen, heutzutage in der Zeit gescreenshottet. Ja, viele Äußerungen können ja auch, ja, ich sag mal, weitgehendere Folgen haben, ne, das für Beispiel ist ja jetzt sehr aktuell gerade, Luke Mockwitsch, was du ja in dem Podcast gesagt hast, über die Paralympic-Athleten, seine Show ist jetzt gecancelt worden bei einem Fernseh, Fernsehsender, man muss halt auch wirklich aufpassen, was man sagt, was man zeigt, was man für ein Content macht, das kann auch anecken und auch komplett nach hinten losgehen, ne, man stellt sich das vielleicht auf diese Weise vor, aber das Popikum nimmt das halt komplett anders auf, so und auf einmal, du wolltest vielleicht was Gutes tun und auf einmal hast du einen Shitstorm am Arsch, weil du, weil die Leute das anders gesehen haben als du oder anders aufgefasst haben als du, ist halt auch immer ein bisschen schwierig, das ist oft auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja, also es gibt immer kontroverse Themen, es gibt auch Themen, wo es einfach manchmal besser ist, sich halt nicht zuzuäußern, es gibt auch Themen, wo heutzutage, wo jetzt damals diese Thematik und Debatte war mit Masraoui und, wie hieß nochmal der Spieler von Mainz, der suspendiert worden ist. El Ghazi? El Ghazi, Ja. Ja, oder? Ja, genau. So, wo ich sage, da ist halt irgendwie, ja, da haben die sich den falschen Ort für ausgesucht. Ja, das hat dann halt einen ordentlichen Shitstorm für die gegeben, so, kann ich und möchte ich nicht beurteilen, ist etwas Politisches, aber, ja, Mainz hat ja auch dann aus deren Empfinden und nach deren Ermessen die richtigen Weg gewählt, indem sie ihn dann, ja, suspendiert haben und später dann fristlos gekündigt, weil er seine Worte, die er gewählt hat, nicht zurücknehmen wollte, hat vom Arbeitsgericht dagegen geklagt, hat Recht zugesprochen bekommen und der Verein muss ihm sein gesamtes Geld auszahlen. Ja. Finde ich, ähm, vollkommen richtig. Ja, ich möchte jetzt... Es ist ein gutes Recht ja auch, das einzuklagen. Ja, und hat ja auch Recht zugesprochen bekommen und, ähm, man muss sich halt gut überlegen, ja, möchte man zu politischen Themen was sagen, möchte man, äh, in welche Themen möchte man, sag ich mal, den Finger in die Wunde stecken, da muss man auch mit dem Echo leben können und, ähm, ja, dadurch, dass Fußballer halt eine extrem hohe Reichweite haben, ist das eine große Gefahr. So, und da muss jeder für sich selber entscheiden, welchen Weg er wählt und, ähm, manchmal ist es besser, weniger zu sagen, als mehr. Manchmal ist es weniger mehr, genau. Aber am Ende des Tages, jeder muss sich für seine Konsequenzen selber verantworten und, ähm, ja, also allen, denen das halt nicht schmeckt, muss man sich nicht anschauen. Ja, das ist richtig. Ja, wenn dir der Content von der Person nicht gefällt, musst du dir das nicht anschauen. Ja. Ja, so. Kannst du weiterwischen. Ja, ja, also ich, äh, habe große Probleme damit, wenn man sich diesen ganzen Shit heutzutage reintut, ne, diesen, äh, ja, Trash-Content. Ja, es ist Müll, es ist voll über Müll damit. Es sollte mehr, äh, äh, wie Oma, Afke immer gerne zu, ähm, 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 Influencer geben, ja, so, die einfach wichtige Werte, wichtige Themen ansprechen, behandeln, das, ja, jetzt, ne, was sagt man, was denn das wahre Leben, ne, so, aber einfach die wichtige Aspekte berücksichtigen, wichtige Werte wieder vermitteln wollen, ja, da sind wir gut mit bedient, als irgendwelche, ja, völlige sinnfreie Post-Videos und keine Ahnung was, ja, man darf natürlich auch mal einen Scherz machen, ne, mach ich auch gerne mal in Social Media, post auch mal gerne was Lustiges, er ist ja vollkommen in Ordnung, aber, was soll ich jetzt sagen? Alles hat Grinsen. Was soll ich jetzt sagen? Ja, das, das, wenn das nicht, wenn das nicht legendär war, ich hab mich totgelacht, ich weiß nicht, was soll ich denn sagen? Ja, war schon gut, war schon gut, ja, aber ist okay, man sollte, man sollte, jedem das auch eingestehen, ne, dass das auch mal, wir sind alle Menschen, dass wir auch mal Fehler machen, aber, wir verbappeln uns hier auch manchmal, manche Fehler werden halt knallhart bestraft, ja, was war für dich der, der größte, größte Fehler, was einer, jemand im Social Media gemacht hat, den du im Kopf hast? Boah, der größten Fehler, den man im Social Media gemacht hat, ist jetzt auch leider so, eine kleine Trash-Geschichte, hat nichts mit, oder meinst du fußballtechnisch? Egal. Julian Zietlow, weiß ich, ob der dir was sagt? Ja, sag mir was. Der Gründer von einer großen Fitness-Nutrition-Geschichte, komplett abgespaced, sich von Frau und Kind getrennt, dann nach Thailand mit einer Neuen, und wir sind aber jetzt wieder zusammen scheinbar, keine Ahnung. Also das war, der hat alles breit getreten, also der hat über sein Sexualleben geredet, und all sowas. Ich gucke kein Promi-Flash, also das ist eher dein Metier. Ich wusste das auch nur, ich habe dem auf Facebook damals gefolgt, der hat dieses Elf-Wochen-Programm. Ich habe tatsächlich früher mal überlegt, ob ich das machen soll, Elf-Wochen-Programm, hier so genau sowas wie imakeyousexy.com von der Tiffany Soße. Das hast du ja gemacht, weil du bist ein leidenschaftlicher Tänzer, und da hast du dann seine Dance-Kurse mitgemacht. Dadurch habe ich dann auf Facebook halt auch Videos von dem noch vorgeschlagen bekommen, und so bin ich dann, also das war so schon geisteskrank. Wow, Sven, ich sage dir ehrlich, wir müssen die Folge beenden, wir schweifen extrem ab. Also als du imakeyousexy.com gesagt hast, das war für mich okay, dass jetzt wieder Zeit ist für das Outro. Aber erst will ich noch wissen, was für dich das größte No-Go war auf Insta, auf Social Media, sagen wir so. Ja, keine Ahnung. Diese Fliege, fuck Geisteskrank habt ihr, ich weiß nicht, ob man die hört, aber die fliegt die ganze Zeit, die versucht ins Licht zu fliegen. Ja, habe ich gehört, so ein kleines Knistern. Ich weiß nicht, ob sie gerade geröstet wird. Ja, also ich muss sagen, die Geschichte, die du eben angesprochen hast mit Luke Mockridge, hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber die... Die ist schon brutal, ne? Ja, nee, das geht einfach nicht, ne? Das ist die allerunterste Schublade. Ja, also wirklich riesen Respekt an alle da draußen, die Sport treiben, trotz Handicap. Ja. Und du weißt die Story dahinter nicht, du kennst die Hintergründe nicht, was ist passiert, wieso ist die Person so, egal ob das eine Person mit Behinderung ist oder jemand, der dick ist oder was auch immer. Ja, du weißt nicht, hat die Person eine Krankheit und da wird heutzutage so schnell geurteilt und auch von der Gesellschaft ein Bild von Menschen gezeichnet und die werden, ja, über die wird sich lustig gemacht oder was auch immer und du weißt einfach gar nicht, warum. Und wirklich riesen Respekt an diejenigen, die so viel leisten dort, egal Paralympics, was auch immer es ist, ja, Hut ab und das sollte man noch höher anerkennen, noch höher anrechnen und das sollte auch vom Sportverband noch, ja, besser honoriert werden wie alle anderen auch, Olympioniken oder, ja, Teilnehmer an den Paralympics, die versuchen ihr Recht einzuklagen, dass die einfach als normales, vollwertiges, ja, Mitglied der Gesellschaft angesehen werden und das ist das, so, man sollte die Power, die man haben kann, versuchen für gute Dinge zu nutzen. Definitiv. Ja, nicht um irgendeinen Quatsch zu erzählen, nicht um irgendeinen Mist zu propagandieren oder was auch immer, ja, einfach guten Content kreieren, ja, den Menschen versuchen da draußen zu helfen, wichtige, verloren geglaubte Werte wieder an den Mann zu bringen und wenn jemand sich darüber lustig macht, ja, dann ist der Person, auch nicht zu helfen, ja, ganz klar und jede Strafe, die ihm dann wieder fährt, ist auch dann vollkommen gerecht, weil du musst dir auch überlegen, wenn du, wenn wir hier stehen, wenn wir hier sitzen, dann müssen wir auch unserer Vorbildfunktion bewusst sein, wenn ich jetzt hier irgend so einen Quark erzähle, dann muss ich wissen, was das für Konsequenzen haben kann, dann muss ich wissen, was das für Auswirkungen haben kann und wenn ich mich da hinstelle und so ein, das hat auch nichts mit einem Witz zu tun, aus meiner Sicht, deswegen, gar nicht, gar nicht die Plattform gewähren, ja, für alle da draußen, mein Ratschlag, den ich euch geben würde, sucht euch eure Vorbilder da draußen, ja, bewusst aus, Menschen, die tatsächlich authentisch wirken, die das, wo man glaubt, was sie erzählen, auch wirklich den Tatsachen entspricht, wie sie leben, ja, da gibt es viele, viele gute Beispiele da draußen, Adasachi immer gerne hervorzuheben, ja, der einen brutalen Weg geht, der sich von nichts und niemanden aufhalten lässt, der auch die Dinge so anspricht, wie sie sind und auch die Rückschläge offen kommuniziert und sagt, ja, ist einfach so, ja, ich war verletzt, hatte einen schweren Bruch am Schienbein oder was auch immer er dort hatte und hat sich aber von diesem Weg trotzdem nicht abbringen lassen, hat die Leute dann auf seiner Reha mitgenommen, er ist so, wenn du hinfällst, musst du aufstehen und er zeigt das halt, ja, Stück für Stück und in jedem kleinsten Detail und das ist wichtig, das muss vermittelt werden, anstatt irgendwelche Leute, die irgendwelche TikTok-Challenges machen oder mit irgendeinem Trash und tausende Kids da draußen zugucken und das als cool erachten, nee, das ist das, wovor man große Vorsicht haben sollte. Ausrufezeichen. Mein Ratschlag, den ich da draußen geben würde. 100 Prozent. Sven, war, geil, war schön. Ja, einige Abschweifer. Aber ist okay, das ist ja auch ein sehr breit gefächertes Thema, dieses Social Media, ne? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Für den Fußball kann das, ja? Wer ist dein Lieblings, ja, wem folgst du am liebsten, wärst du dein Social Media Number One? Ui, wer ist mein Social Media? Deine Social Media Number One. Boah, schwierig. Kann ich jetzt gar keinen nennen eigentlich, bin ich ehrlich. Keinen? Mach mal dein Handy auf, der erste, der dir angezeigt wird. Mach mal Instagram auf, der erste, der dir angezeigt wird. Niemals. Reuter 110. Ja, siehst du, danke. Es ist ihnen scheißegal, das Geld regiert die Welt. Siehst du? Stark. Weißt du, wer mein erster, der angezeigt wird? Nein, aber wer wirklich, wer? Karl Mainz. Geil. Du bist mein Hero. Bro, Grüße raus an dich. Ja, immer Support für die Fam, ne? Also, wie sagt man so schön? Supporte deine Freunde, so wie den Promi, der nicht weiß, dass du existierst. Genau. Was heutzutage aber leider, ja, selten vorkommt. Selten vorkommt, ne? Da wird eher so der, aber ihr beiden postet so viel, da kommt man fast gar nicht hinterher mit dem Liken und mit dem Kommentieren. Ja. Ich muss mir so eine, gibt es bei Insta auch eine Glocke? Ja, gibt es, aber wir müssen, Benachrichtigungen, aber wir müssen die Lücke schließen, die du halt hinterlässt, Weil du ja nichts postest. Richtig. Ihr müsst für mich mitposten. Das Tactical Mastermind. Ich bin da gespannt, wann du dein Social Media wieder on fire bringst. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ich muss noch den richtigen, sinnigen Content finden. Die Nische, deine Nische. Genau. Ja, TikTok-Tänze. Hast du euch schon gesagt, dass du dein I-Make-You-Sexy-Programm voll durchgezogen hast. Wichtig. Weltklasse. Sven, danke dir für die Folge. Sehr gerne, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Ich danke euch. Ja, der Kameramann weiß, was er zu tun hat. Liebe Gäste, nein, Spaß, liebe Zuschauer und Zuhörer, bitte dran denken, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, lasst Kommis da, was ihr denkt, was Schattenseiten, was Sonnenseiten für Vereine, Spieler, oder auch für einen selbst persönlich diese Social-Media-Geschichten haben können. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und einmal nochmal rüber zu meinem Kollegen Kevin. Ja, Kameramann, danke, super Arbeit geleistet. Ach, jetzt kann man gucken, ach, hier bist du. Ja, danke fürs Zusehen, Zuhören, egal ob YouTube, Spotify, fleißig pushen, damit wir natürlich auch weiter coolen Content für euch kreieren können. Danke an jeden Follower da draußen, danke für jeden Zuschauer da draußen und ja, dann freuen wir uns, wenn es das nächste Mal heißt, 110 Real Talk. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.